Wir engagieren uns sehr gerne hier am World Cleanup Day, weil wir auch der Region, dem Gebiet etwas zurückgeben wollen, wo wir auch produzieren. Das heißt, wir wollen gute Nachbarn sein. Also mir gefällt der Tag sehr gut. Wir haben tolles Wetter. Wir sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die hier mitmachen. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und am besten gefällt mir, dass wir so zusammenarbeiten, dass wir uns auch ein bisschen mischen, dass also Leute miteinander auch Müll sammeln und ins Gespräch kommen. Ich finde das richtig gut. Wir als Unternehmen, gerade als Industrieunternehmen, müssen unseren Beitrag leisten und halt auch sozial aktiv werden. Ich bin positiv überrascht, wie viel wir schon gesammelt haben und auch ein bisschen erschrocken, wie viel Müll eigentlich überall rumliegt, obwohl überall Mülleimer zur Verfügung stehen. Wir sind sehr froh, dass so viele hier auch dabei sind, sich engagieren. Und das ist der erste World Cleanup Day, an dem wir teilnehmen. Und wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Und da haben wir natürlich den Anspruch, dass wir dann auch in Zukunft wachsen werden, immer mehr auch begeistern können von den Kolleginnen und Kollegen. Aber es war ein super Start. ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.